So, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir und zwar ist es soweit, denn Capital Brasen Album sollte ja erst in ein paar Wochen kommen, aber er wird es jetzt diesen Freitag releasen, weil das Album schon geliebt wurde und zwar ist es so, dass das Album jetzt schon veröffentlicht wurde von irgendjemand, für mich ist es sowieso nicht erklärlich, wie sowas passieren kann, ich meine entweder hat das Album irgendein Amazon oder Mediamarkt Mitarbeiter oder Saturn Mitarbeiter das Album geklaut und ja, das Ganze dann ins Internet reingestellt, ich weiß auch nicht, wie sowas passieren kann, auf jeden Fall hat Capital Bras ja hier ein Trailer zu einem Song hochgeladen auf seiner Instagram Seite und wir hören uns das Ganze mal kurz an. Auf jeden Fall ist es jetzt so, dass ich das geleakte Album runtergeladen habe, ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Version ist, weil dieses Lied finde ich auf dem Album nicht. Ja, für alle, die nicht gespoilert werden möchten, müsst ihr jetzt auf jeden Fall ein anderes Video von mir anschauen, denn wir hören jetzt zusammen mal in das Album rein. Ich habe das Album hier. Und ja, wir hören uns jetzt nicht die Songs an, die schon released sind, wie zum Beispiel Prinzessin, wir ticken, wenn sie mal, wenn sie mal fällt. Ja, ich denke, das waren alles die Songs, die ihr schon rausgebracht habt. Ein geiler Song, den ich jetzt als erstes Mal abspielen werde, ist auf jeden Fall Rolex. Der wurde am Ende des letzten Tracks kurz eingespielt. Wir hören uns das Ganze mal an. Auf jeden Fall ist der hier Feed Case. Der hier ist die Rebel, der ist auf jeden Fall geil. Hier war auch noch ein Track mit Nemo. Bye Bye ist auf jeden Fall der Song mit Nemo. Kann man sich auf jeden Fall auch geben. Wir hören mal hier in den Band of Out Song rein. Den feiere ich jetzt persönlich nicht so. So sollte es sein. Du bist gegangen, jetzt solltest du sein. Na 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 na. Ja, du lässt mich wieder allein. Na 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 na. Ich kann was ich schon vergeben und verzei. Na 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 na. Ja, ich hoffe, du fühlst dich jetzt frei. Ja, ich hoffe, du fühlst dich jetzt frei. Mein Bett ist leer. Du bist wieder weg. Du bist wieder schlecht. Dafür hast du ein Verletz. Du bist ein Band of Out Song. Ja, du lässt mich wieder allein. Was geht an? Ja, da na na na. Ich kann Fassisten vergeben und verzei. Der geht auf jeden Fall auch klar. Dann, was haben wir hier noch? Steh auf, schon okay. Werden wir mal hier rein. Was geht ab, meine Damen und Herren? Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Kapita Bra. Ich bin 23 Jahre. Ich komme aus Berlin. Und ich mache auf jeden Fall. Miser fucker, klasse Musik, Bra. Und dann alle Brass, die gerade auf der Piste sitzen. Denk auch, die sind krass. Steht auf, bra. Geht ab, bra. Weil wenn ich komme, müsste ich sowieso aufstehen. Du weißt, mich scheiße, Fisch. Ja, ich hoffe, du bist mein Brass. Einen gewalt, deinem Achtsam. Oder gehst mir etwas, Schatz, mein Gott. Der liegt aber mit dem Bild. Und das war die Dank. Und ich hoffe, du bist mein Brass. Einen gewalt, deinem Achtsam. Oder gehst mir etwas, Schatz, mein Gott. Sag, mein Interesse, da machen sie es dir schwer. Besser bist du aerodant, trän sie dir hinterher. Gestern hatte ich nichts, ja, merke ich schon keine Wolle. Oder denkst du, es war einfach, dass du denkst, was? Ja, die Sonne geht auf und wir tanzen so schnell. Baby, ich bleib besser allein. Ich komme schon klar, wenn... Okay, den Song teile ich jetzt persönlich nicht zu. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, das ist auch nicht so Mexikan-Mafia. Richtiges Joker-Bralied. Scheiße. Keiner das Dorf, ja. Ja, das ist auch nicht so. Ja, das ist auch nicht so. Ja, das ist auch nicht so. Also wie ihr seht, wir haben jetzt schon fast alle Tracks gehört und der Song war auf jeden Fall nicht dabei. Also wir haben hier noch ein zweites Joker-Bralied-Ähnliches Lied. Bye Bye. Das war das mit Nemo. Benzema kennt ihr ja schon. Blech noch. Und der letzte Song. Ein paar Beats ähneln sich auf jeden Fall schon sehr stark. Das hört man schon auf jeden Fall raus. Ein paar hören sich definitiv relativ gleich an. Rollenbeißen. Ja, auf jeden Fall war das das geleakte Album. Wir haben jetzt überall ein bisschen kurz reingehört. Ja, am Freitag werdet ihr auf jeden Fall sehen, wie das Ganze dann endgültig rauskommt und ob der eine Song auch noch drauf ist. Wie gesagt, hier war der jetzt nicht dabei. Ich habe natürlich alle Lüe nicht komplett angehört, nur so durchgeskippt, aber naja. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr das Album findet. Dann würde ich mal sagen, viel Spaß auf jeden Fall am Freitag. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, folgt mir auf Instagram und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Peace.